Tag auch und willkommen zu Let's Play The Gladiator Together mit Adrian. Adrian klingelt an meiner Tür, hat gesagt, er hat gerade Band Humor gesehen, habe ich ein passendes Spiel dazu, da ich sag, wie auch geht. Hm, aber ich hab Steve gesagt. Du hast Steve gesehen? Äh, ja, ich rede von mir in der sehr dritten Person und, äh, ist ich Steve. Ja, alles klar. Also den Grafikstil finde ich schon mal ziemlich gut, gefällt mir. Hm, geht so. Doch, ich mag das. Gut, dann haben wir mal Credits rein. Äh, alle. Du hättest erst, okay. Start. Oh, du kriegst mir eine Erklärung. First, the basic tricks. Alles klar. Alles klar. Haben die gerade B ausgelassen? Hm. Okay. Oh, Hadouken? Okay, also der Hadouken-Move ist sowas da. Hm, wenn man jetzt Auto oder Manuel, man weiß das nicht, wa? Wir möchten auf jeden Fall Arcade-Mode. So, was haben wir denn? Wang? Ja, ich kenne jetzt den Starträumen. Perfekt. Mr. Wu, der sieht ja drollig aus. Mr. Wu. Ich glaube, ich nehme Mr. Wu, ich finde den witzig. Äh, denn ich Chu, weil dann so Herr Chu. Chu Wu. Oh, ja, was will ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich nehme auch nur Komo, weil ich nicht Idiot bin. Alles klar, habe ich nicht in Frage gestellt. Hat der ein bisschen sehr lange Beine? Entschuldigung, hat die ein bisschen sehr lange Beine? Das war garantiert ein Bösericht. Wahrscheinlich? Was ist denn Porsche Nuss? Funktioniertes Schwert oder was? Also, wir können auch so über den Easy Path oder die Normal Path wollen. Ich würde sagen, es war ein Gewinner, dass wir den Easy Path oder? Ja. Und ich habe einen anderen Pfad wählen. Vielleicht denkt man, das war schon nicht 50-50, welchen wir gehen, wenn wir uns einig sind. Hm. Was ist los mit euch? Lauf mal da links in dem Spiel? Du, du hättest uns nicht begegnet, das wollen wir mal sehen. So, also, okay. Gott, das sieht aber auch. Sehr sloppy aus, wie ich hier mit den Armen rumwiedel. Was fand das? Ich weiß es nicht, gell? Drop Copper. Also, ich finde es noch ungewöhnlich, dass du hier kompletter links läuft und nach rechts. Ich habe irgendeine Kombi eingesetzt. Ah, das war mein Hadouken-Move quasi. So ein Hubschrauber mit den Armen. Es gehen wir doch nach rechts, siehst du? Lass ich wieder zurück. Kann man springen? Scheiße. Äh, das wollte ich gar nicht machen. Das müsste bei dir auch das der B sein. B? Ja, scheiße. Wir haben C auf B gelegt und B auf X. Also rein optisch, muss ich sagen, das Spiel ist ziemlich gut. Ja. Geht so. Könnte sich bloß ein bisschen schneller spielen. Das fühlt sich etwas träger an. Was machst du denn da? Äh, ich setze eine Spezialfähigkeit gegen niemanden, nein. Ist doch ganz klar. Oh, okay, ja, das ist vielleicht gut. Es geht darum, auch die Gegner zu bedrohen, weißt du, die musst du auch vorher in Angst versetzen. Ja, provozieren und so. Guck dir dann alles. Siehst du, schon wieder, Spezialattacke ohne Gegner, nee, das ist ganz wichtig. Sauber. Du hast das voll drauf. Ich weiß. Die spielst du ja auch mit mir. Du kommst übrigens auch laufen, indem du zwei Mal in die Richtung drückst. Das ist jetzt einfach. Ich hab die gerade fertig gekrempelt, du hast das gesehen, Roms. Die fliegen richtig weit, bevor du umläufst. Ach, du hast schon wieder so eine Spezialanleiste, die sich auflädt mit Angriffen. Äh, das blaue war unter deiner Lebensenergie, oder was? Genau, und dann hast du da, ich hab mal eins, weil ich meinst, du schon so ruhig eingesetzt hast, und du hast gerade viermal eine Aufladung möglich. Oh. Na dann, äh. Und dann treffe ich immer einen. Doch, ich hab ein, ein, ein Gegner. Oh, der hat das überlebt. Irgendwas weggefurzt auf jeden Fall. Wenn er tot ist, warte mal ganz kurz, bitte. Komm mal kurz zu mir, versuch mal mich zu hauen. Ich möchte gern wissen, ob er Frankie Fire haben. Ich hier fasst doch noch aus, dass es nicht so ist. Ich weiß es nicht, wie das Regenbogen-Schwert. Ich will auch gerade sagen, jetzt vom Regenbogen-Schwert. Jeder nicht von Porsche, äh, Porsche, Ness, WC. B? B, 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 B. All klar. Weck, knackt. Oh, ich hab was gekriegt mit dem Regenbogen. Äh, ja, sie ist sicherlich nicht verletzen, alles klar. Dann haben wir ja schon mal. gibt es ihr schmutzig hier haben eine spezialattacke die soll getroffen ich mache mir das gemüse in der zeit während du sie beschäftigt ist das gemüse weg komplett ja dann ist es spezial hier komm her sagt propeller doch kann ich verschießen oder so neue treffer alter macht das nach der trotzdem noch irgendwie zweiter leben also hat sie sich nicht hochgekriegt hat nicht ganz drauf geachtet ich gucke irgendwie unten auf ihr lieben so geht auch ihre super leiste ich kann aus dem sprung schneller runter mit mangriff wir haben unsere offizie von mir die stelle ist so hoch das ist unglaublich um was die stelle hätte ich sehr deutlich was nur ich hatte ich weiter geht hier von den fallen nach oben jetzt los ich habe sie müssen wir dennoch sieht noch schnell essen ja wir haben gegessen ich nur noch mehr kacke ist nicht rechts weg egal ja was ist uns ja offensichtlich dürfen wir besser weiter kann man runterfallen ich hätte es mal nein kann man nicht ich habe natürlich wieder zum einschüchtern hat eine nieselschleimpistole irgendwie lösen die mich aus vielleicht mal gegen tritt wenn ich jetzt verlangst du den kram ich werde auf jeden fall wenn ich darauf ging gerade mal wechseln und die ushi maus oder die müssen schneller ist weil der alte ist mir doch zu träge aber ich glaube ich bin nicht schneller als wir sind beide trotzdem gleich schnell ich weiß nicht gar nicht hier großartig unterschiedlich sind was das betrifft ich würde hier die türe einer und das geht es acht järten flammen werfen oder was die man macht mir auf und fliege muss stärker anklopfen oder ich glaube mit einer person an vielleicht doch dass wir auch macht das was auch gerade ein speziales ein paar ein gesitzer gleichzeitig los sie haben wir aufgemacht ich bin weg was auch in den fessern drin eingelegter fisch matthias was ist er hier los ich bin glaube ich da auch was welchem leben verloren ach dass ich das mal nur noch mal eins okay um die grillen auch ihre freunde das hätte ich nicht erwartet auch was die und wenn die feier auf die die späre halt eben die auf jeden fall gegner getroffen es ist richtig vorwärts das ist nie mit dem alter ich wollte richtig hier mit dem fleisch klopfer weggenäht ich hoffe sie auch meine reise mitgenommen eine reise des schmerzes das ist die kraft aber auch dass du da bist du nicht mehr von hundert sich erläuft die nase raus kann das war nicht verkauft eindeutig du allein ich war auch da ach du bist nur in dem charakter war dass ich mich ausgeruht hat ja gut ja meinetwegen ich bin ein ober was war das denn die super fähigkeit gegen mich als sie eingesetzt werden ich sie gegen ihn eingesetzt habe ich glaube ich habe keinen schaden bekommen ich weiß nicht warum nämlich so ein bisschen an magneto erinnert ich weiß ich auch nicht ja die kuscheln um mit der säule ich habe hier schon wieder so viel rum hat er hat er hat er achtung dass wir doch oft werfer ja ich habe es gemerkt und verlangsamt hautschen weil ich mir raus ich muss noch kurz kontinuiert machen kann ich trage aber nicht wirks doch gar nicht ja ich merke mal wechseln nein hast du nicht genommen irgendeine jahr die ist aber auch nicht viel schneller dann nehme ich auch mal hier aber ich habe mich ja kein vertrag ich habe das gefühl nämlich die tante was habe ich denn hier ich habe mich verlaufen ich bin im abend leid da oh junge wird das special schockt aber was haben wir davon haben hier noch gehabt hier das ist nicht aufgelöst ist sinnlos sogar kacke ich wollte fragen da steht man da hinten im rücken und ich habe ein schwer gestecken was ich jetzt mal raus ziehen könnten ich treffe noch die gegner gar nicht um ein spezieller fang ich habe auch leise als schwieriger hier wir sagen jetzt auch jetzt zwei besorgen tour und hat ihm auch so hier ich finde die spezielle tage von ihr durch die speziale kann ich gut aber ansonsten mag ich sie nicht unbedingt so haut dann immer abmacht also ich finde das gar nicht doof weil kannst nicht gegen kämpfen effektiv und auch mal mehr freundlich ist mir was das special diesen fünf geworfenen dinge für so schlecht der ist auf masse gut ne auf sie macht als andere so komische fischbewegung mit ihren händen kaputt ich kann den boss nicht oder ich kann mir das wohl auch nicht ganz klar das waren die beiden tut es da waren fünf charaktere oder nicht wie trottiert ich eben genommen die hast du cool aus die will ich die ich gerade habe ja die nicht witzig die ich davon auch das war die mit dem komischen flächenangriff ich denke ich wollte nicht ich weiß ich wollte eine andere nehmen bisschen doof ja ja ok nee ich habe darauf geachtet was eine zeit bis du auswählen musst wenn du bis da nichts ausgewählt hast dann nimmt er den auf den du gerade fahrst und ich war zufällig auf der ich glaube wenn ich das richtig erkannt habe an den fünf porträts wir haben zwei typen und drei schloten die sind wirklich gut mit der fähigkeit getroffen dürfte da haben wir noch gleich achtung also dann dachte ich versenke ich noch mal eine ulti zur entschichtung ist ganz klar komm ich wieder mal blau spießen doch zehn schauen die waren die kam es so schlecht vorlieg ich wieso ist ja noch ein wort weil verstehe ich nicht der futter alles hier also wenn ich aber fest was auch gold und so was ist die handlung eigentlich noch mal genau ich habe nicht ganz aufgepasst also ich weiß dass eine die wir nicht vorhin gespielt hat da hat der typ den wir gerade besiegt haben seine familie getötet normal path oder ich sag mal ja das ist der positiv eingestellt sind ich finde die sprungangriffe aber ziemlich gerne muss ich sagen und jetzt bin ich schon da und krass machen die viel mehr schade als die vorhin die gegner ist das ist jetzt ja noch mal nicht mehr die sinne und ich hätte noch die külten können bin ich getroffen dann haben wir das bescheiden das ist es mein geld ist das jetzt war mal richtig gut spiel von der anrichtung spießen ja dass wir auf jeden fall unterlagen weil ich das optisch sehr gut fand spielerisch muss ich sagen habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft es ist nicht schlecht aber du siehst auch oben immer so eine kombi ja vor dem angezeigt baby rechts oder so ist ja auch nicht ganz verstanden und was das jetzt für komische symbole sind ist eine lese b ja von mir also ich habe das eben eingesetzt a und b und irgendwie kam ich also du hast du nach schall effekt bei deinem charakter bei mir gerade eben das fand ich ganz cool ich weiß noch nicht wie ich das ausgelöst habe was denn das scheiße gibt es 3333 typen ich dachte drei tusen und zwei typen ich bin jetzt auch ganz sicher dass ich noch ein typ ja 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 da bin ich ich versuche anzugreifen den asiatischen wikiner klopfen schon brauchst kampfzeit krass der mich an da ist und aus wie weiter ich bin für uns ein todes okay ich höfst als special wir hatten wir noch nicht die lange ich bin sicher ja okay kann der bloggen kann auch noch ich habe schwer das ist schon mal ganz cool mann ich kriege immer nur hier noch ein fußboden um ein spezieller tag ist so cool schweizer schwerter hatte ich gerade durch so ein rauch ring weggenagelt ja was ist denn jetzt los der springer sehr träge ich bin schon da geil gefühl zum angriff gekillt auch weg ja ich habe auch nicht getroffen irgendwie und auch umlaufen guck dir das an ja ich habe das ganze dach auseinander und ich bin wieder da du hast es drauf ich bin so richtig schlecht dieses spiel das ist irgendwie fast jeden okay kann das sein ich kann das sein das ist der spiel gerade das meine nimm dir erst auf nimmst du die karte auf uschi nimmt die karte nicht auf ich weiß nicht weil ich versuche die karte zu nehmen knack nice energy up was ist denn jetzt los nimmst du da mit melonsupport oder was auch immer we했던 w w w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020